Hallo, ich war dein neues Video und diesmal vor dem Bartelt. Ok, schlafen wir. Ich werde euch heute so ein Anti-Stress mal vorstellen. Es ist ein bisschen dunkel. Ja, vielleicht ich erstmal aufmache, damit ich alles so machen kann. Das will ich euch so zeigen. Ich habe jetzt keine Schere hier, deswegen geht auch so. Ja, so. Und Pink hatte noch ein Blau und ein Grün. Und hat gekostet 1,95 Euro. Ja, das ist so witzig. Ja, vielleicht wenn ich andere Zeit mache, was man so machen kann. Kann man ihn auseinanderziehen? Ja, kann man. Dann kann man ihn auseinanderziehen. Ja, kann ich nicht drehen. Ja. 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 Ja, das war's eigentlich schon. Und ich werde doch mal eine Rundtour machen durch meinen Garten. Aber erst so bin ich. Keine Ahnung. Muss ich erstmal einen richtigen Moment finden. Das war's. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, wenn diese Woche kein Video mehr kommt. Weil ich glaube, nächste Woche kommt eins oder noch diese Woche. Weiß ich noch nicht. Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Gib mir bitte einen Daumen hoch. Schreibt mir bitte unten in den Kommentaren, ob ihr das gut findet. Mit dem Fall. Oder ob ich noch andere Videos machen soll. Dann mehr Videos. Also. Schreibt mir einfach mal unten in den Kommentaren, was ich für Videos machen kann. Also. Weiß ich nicht. Muss ich mir so kurz auslegen. Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Komm wieder.